Jo, sechs Stück. Juhu. Wow, da ist ein wildes Pikachu hinter mir her. Oh, das hat ja wohl viel Leben. Äh, ich will noch nicht sterben. Haben wir hiermit irgendwas zum Recken? Äh, ne. Ah doch, ich hätte ja ne Vantage. Hier. Ah ne, warte. Hier. Da unten warst du. Grazie. Bitteschön. Warte. 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 Hier gibt's jetzt nichts wirklich interessantes. Hier oben sind schon wieder so stöhnende Viecher. Äh, hat jemand eigentlich das Campfire dabei? Nope. Donnie? Nope. Ich hab vorher extra gesagt, ich soll's mitnehmen. Das ist natürlich jetzt blöd. Oh, was ein. Oh, das ist ungut. Oh, was ein. Oh, das ist ungut. Wo kommt denn das her? Ich kann mal von oben ran lassen. Ah, hier ist's gut. Ah. Ich hab aber auch kein... ...Campfire mehr. Daniel? Bitte? Hast du auch noch eine Fackel? Ja, ich bau gerade ein Campfire. Wow, was war das? Hier ist ein Simus-Kontär. Ich glaub da oben ist ein komisches Vieh. Juhu. Was? Was hat geschehen? Hä? Die Fackeln gehen hier irgendwann aus. Echt? Okay. Nein, ich hab grad das Campfire hier abgebaut. Scheiße, ich hab wieder so einen fucking Pikachu. Ich glaub sobald's dunkel ist. Spawnen die. Genau, leuchte mich mal. Scheiße. Wow. Oh. Wollte ja wieder die... die Liane dran unterscheiden, oder? Juhu. Hm, pass mit dem Wasser ein bisschen auf. Mhm. Ja, du streckst das durch. Hm, das tut's mir ja sowieso, das macht nichts, das fließt alles ab. Ja, ich baue hier schnell was. So. Ah, die Fackeln gehen dann auch aus mit dem Wasser. Mach dir Sinn. Ja, das bin ich aus. Wow. Hat sich ne Anke genommen haben, die Mühe will. Was ist das für ein... Oh, ich bin tot. Gibt mir alle tot, oder? Gibt mir alle tot, oder? Hm? Das war wohl ein ziemlich krasses Fiend. Ja. Ah, wenn man im Kampf ist, kann man nicht teleportieren. Wow. Ich will dich schon wieder sterben. Wow. Ich bin tot. Ich auch. Yeah. Tja. Gut, jetzt bin ich auf dem Schiff. Und wieder runter. Ich tu mal alles abladen. Ah, wir haben schon... Okay, es gibt tausender Stacks übrigens. Ja. Wir haben 2000 Stacks Dreck. 3362. Komm, nicht schlecht. So. Warte, ich hab noch jede Menge. Okay. Hier, äh, SS noch im Campfire, wer braucht. Genau. Silber. Okay, dann hier auch noch Bohrstoffe. Dann smelt ich die gleich. Ne, also nix erzmäßiges, nur Kohle. Okay. Ich hab alle Schweine getackt. Ich hab alle Schweine getackt. Ich hab alle Schweine getackt. Okay. Kupfer. So. Eisen. Zack. Erstmal, erstmal smelten. Schon seltsam irgendwie, dass es smelt heißt und nicht melt. Schmelt. Ich dachte immer, dass schreit man. Ohne das S. Ja, vielleicht ist das ein Ausruf. Schmelz. Schmelt. 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 Es ist nicht, äh, es schmilzt. Schmelt. Genau. Äh, so. Äh, wo ist denn? Ein Ohr. Ein Bar. Kupfer. Und Silber. Wir hätten da den Materiemanipulator. Ja, ich brauche ja nicht mehr. So, die Erde nehme ich mal mit. Können wir immer brauchen zum Bauen. Macht euch doch mal eine Prüstung aus dem. Metallzeugs. Ähm, warte mal. Wir haben da jetzt. Silverbar. Ironbar. Na gut. Theoretisch könnten wir. Ein Kupferhermkost. Der Kupferhermkost. 20 zum Beispiel. Oder sollen wir lieber Richtung Pickaxe, äh, investieren, dass es, dass wir noch schneller Rohstoffe sammeln können. Na gut, da brauchen wir aber Pixel für. Wie du Pixel habt ihr? Äh, 17. Dank auch. Wir brauchen generell, glaube ich, für alles, oder? So. Wo ist denn die Richtung? Wo ist denn die Richtung? Ja. Da brauch ich auch Pixel. Wo war ich Pixel? Für einen Helm, zum Beispiel. Quatsch. Geh in den Anvil rein. Doch, klar. Schau zum Anvil rein. Du brauchst für einen Kupferhelm. Ich glaub mal 20 Kupferfahrer. Nee. Nee, ganz unten. Oh, da unten. Die untersten drei. Nee, da brauch ich Pixel. Du schreck dich. Na gut, wir können uns ja erstmal in die Kupferrichtung machen, oder? Eben. Wie rein Anfang. Na gut, viel haben wir ja nicht mehr, gell. Ja gut, aber das ist auch so, dass man es verbessern muss. Also es gibt, man fängt mit Kupfer an. Ja. Aber wir hatten doch voll viel Kupferkrax, oder nicht? Wir haben doch 19 Waren. Das reicht bei Wecken nicht. Wir haben viel Eisen. Wir brauchen 20 allein für ein Richtungsteil. Also die Schuhe kosten 12. Der Helpen kostet 20. Die Brustrichtung kostet 35. Das ist schon happig. Na cool, ne Laterne. Wollen wir nicht drum rum. Wollen wir nicht drum rum. Mal wieder. Nee. Ja gut, aber dann ist halt die Frage, ob wir dann nicht tatsächlich erst bessere Pickaxes machen. Dann würde ich dir zustimmen. Also wir haben jetzt alle eine Copper Pickaxe. Jo. Das kann man einfach mit dem verschissenen Leder machen. Das nächste ist Silver. Da brauchen wir alle 8. Okay, wir haben 4. Ja gut, dann würde ich sagen Torches craften und weiter sammeln, oder? Jo. Dann mach ich uns doch mal von der Hälfte. Ah okay. Oder du von der Hälfte. Okay. Das Campfire nehm ich mal mit. So. Das Raw Alien Meat, das tu ich mal gucken. Ja und mit der Kohle wird es doch langsam. Ich habe jetzt 94 Torches. Ah das sollte reichen. Das reicht. Also ab nach unten. Jo. Ach Jungs, eigentlich wollte ich eine Viertelstunde aufhören. Dieses Geräusch gerade. Lass mich mal kurz hier umbauen. Mikrofon technisch. Moment. Ich habe es gleich. Campfire habe ich glaube auch noch ein Jahr. Campfire habe ich auch noch dabei. Das lege ich mal kurz in die Schnellstandleiste. Bam. Okay. So. Also einmal runter. Hört ihr mich noch gut? Ja. Wunderbar. Ich würde sagen runter zur Base und dann senkrecht nach unten, oder? Welche Base? Ja halt erstmal so weit runter wie möglich. Ohne Buddeln und dann Buddeln. Ja. Gehen wir vielleicht ein Stück an die Wand. Das ist taktisch unknutig. Oh. Todesgrube. Habt ihr eigentlich ein paar von den Bandagen gemacht? Ein mehr. Ich habe mir jetzt 5 Stück gemacht. Ich habe auch ein paar, ja. Okay. Okay. Gut. Ich glaube wenn man hilft und die in der Luft erwischt, ist das am besten, oder? Ah, die sind friedlich die Viecher eigentlich. Ja dann lasse ich die mal noch mal holen. Und die komischen schwarzen sind glaube ich angeküsst durch die. Ja. Wo? Wer hat sich denn da durchgegraben? Ah ne das war gar nicht ich. Ah. Also hier hat jemand Kohle vergessen. Das kann noch nicht vorhin gewesen sein. Ja das war ich sogar. Kupfer. Oh. 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 Genau so was muss ich brauchen. Haha. Das war Vielen Dank.